So, es geht weiter mit Let's Play Minecraft mit Part 7, nicht Part 7, es ist Part 5 oder so. Wenn wir uns, also wenn es falsch ist, schreibt es in die Kommentare, dann werden wir es ändern. Also für die, die schon ein bisschen älter sind, würde ich ein super geiles YouTube Video empfehlen, das heißt, Kaju veranschen. Hm, da gibt es verschiedene, aber nur für die, die etwas älter sind, weil... Hier, da muss das Fenster, genau, die älteren hin anschauen und die jungen anschauen. Ja genau, wenn es stimmt, was ich gesagt habe... Geh mal schnell schaffen, bitte. Komm, ich geh mal nach Kuh suchen, dann machst du bitte einen Zaun. Hey, das ist mein Bett. Ist ja bewusst auf der Zaun. Nein. Hab ich schon. Ich höre euch gerade ein, wenn du von unserem Haus. Gib mir mal ein Bett, Mila. Das ist mein Bett. Das ist meins. Du hast meins in der Hand. So dumm. So, so dumm. Das ist mein Bett. Das ist voll chillig. 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 Jetzt komm. Steh auf, dann lieg im Bett. Ja. Lieg im Bett. Ah! Oh, scheiße. Was geschieht da? Lach den Server, dann bau ich jetzt schnell ab. Schneller! Boah! Ein Leben noch! Boah! Alter! Ich hab jetzt schnell einen Server left müssen, weil... Irgendwie hat... Da hat jetzt was nicht ganz funktioniert. Ja, so. Sascha. So. Kann ich wieder beitreten? Ja. Schauen wir mal, wo es ist. Ja, da hast du es überlebt. Mit einem halben Leben. So. Ich will jetzt mal auf Kuhsuche gehen, weil ich habe Weizen. Ja, du baust einfach mal einen Zaun. Mit einem Zaun da und so halt. Mach mal so ein bisschen weiter drümmeln, damit das nicht zu weit ist. Das sind die Kühe. Was? Das sind die überhaupt Kühe. Ähm, du musst quer mit. Warte, locken wir sie zuerst einmal zusammen an. Hast du überhaupt schon Weizen? Ja, ich hab schon Weizen. Ah. Habs mal aus meiner Weizenform abgebaut. Gut. Wo bist denn du? Da bei meiner Drogenform. Da auf jeden Fall schon Kühe gibt's, wenn du da geradeaus gehst. Da. Wo? Wo? Durch die Schneewelle. Geh mit mit mir. Ich zeig dir den Weg. Wo sind die Facken? Ähm, da siehst du die Facken. Ach so, so. Folg denen, dann kommst du bald einmal zur Brerie. Da ist wieder ein weiterer Dschungel und da gibt's sie. Danke, passt. Im Dschungel? Vor am Dschungel ist noch eine zweite Brerie. Danke, passt. Danke, passt. Der Angriff passt. Hehehe. Alter, geil. Schau mal die. Hast du schon Schafe gefunden? Hä? Schafe? Ja. Ich hab's gerade hinterlegt gehabt. Ja, locker hast du zwei Schafe her. Ja, passt. Schafe, komm auf. Sogar Kakaoschaf. Kakaoschaf. Hab ich auch schon gefunden sogar. Ich hab's schon geschlaftet oder zwei. Auch auch Kakaoschaf, so oder so. Und die war aber als Gehege, gell? Ja, passt. Sogar Kakaoschaf. Kommt der mit einem her. Mhm. Das Pläne ist immer bei Zäune, dass man da ganz viel Holz erfüllen muss. Hallo Schaf, kommst du jetzt? Oder nicht? Ja. Gerrit oder Gerrit nicht? Gerrit? Gerrit. Hab ich mir nicht gedacht. Was denn? Das es gern mitkommen wird. Hey, wo ist es hin? Da. Ja, du hast es verstorben. Das ist... Ich hasse Tiere herlocken, ganz ehrlich. Ja, das hasste ja. Weil die Folgen denn nicht. Wir hätten Händen brauchen noch. Die Folgen echt einem nie. Ah, jetzt krass das. Und es rauch mir nicht zu. Doch, lass. Du musst ja mit denen schon ein bisschen lernen, damit sie mit dir nett sind, ne? Ja. Ja. Ja, schau mal, Winter. Das darf mir jetzt so schnell nicht gehen. Das ist schon mal Problem. Wo bist du denn? Wie hab jetzt schon... Ich mach grad nur einen weiteren Zaun. Du bist denn? Nein, ist der Zaun. Geh grad zu, jetzt so Richtung unseres Haus. Das ist nicht schlimm. Bist auch schon noch da dran? Nein, das mach ich jetzt schon. Ich mach jetzt das da hin. Achtung, Achtung. Aha, bitte. Ja, da hin. Geh rein. Dann lass mich zuerst das Schafrein. Schafi, komm. Warum haben wir die Arscher? Scheiße, komm. Alter, bring's nicht um, das ist gut. Ich muss mal reinlocken. Alter, nein, es passt schon. Ich hab hier was. Alter, du checkst das an. Jetzt ist es dran. Alter, was ist denn mit dir? Warte, jetzt stehen wir mal rein. Scheiße. Alter. Okay, jetzt holst du Arbeit. Jetzt holst du sie. Jetzt holst du aber zwei. Ich hole inzwischen Kühe. Gib mir noch einen Weizen wieder. Ich weiß trotzdem. Geh mal einen noch. Falls ich einen verliere. Ich kriege jetzt Kühe, warum sie die Zunge schießen. Weil ich was geh du Kühe holen. Ja, okay. Ich weiß, was sie sind. Und ich geh Schafe. Kühe sind voll weit weg. Kühe suchen, weil ich deine Rüge auch keine Lust. Ja, muss ich aber, weil du es Schafe umgebracht hast. Cool, wenn Schafe auch noch Fleisch geben würden, aber ist nicht so. Landfleisch. Ja, wäre cool. Das ist der zweite Schafe, dessen Freund du umgebracht hast. Alter, das ist eine riesige Schlucht. Du warst einfach da weggefallen. Ja, ich weiß. Wie habe ich dir gesagt? Na, ey. Komm. 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 Stell dir mal vor. Ich habe eine Krone. Oh, ich hab's gesehen. Komm, du schreibst. Ja, das ist schon scharf. Bei mir sind voll viele Schafe, ja. Alter, komm mal schauen mal bei mir. Das lebt da oder was weiß ich nicht. Da ist es brauner, 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 da. Oder es sind einfach Facken von der Stollen. Ja, kann da sein. Ja. Wir wollen es nach dem Bad Rambo anschauen. John Rambo. Hm. Ne? Ist ab 18, wir sind böse Jungs. Eben, ich sehe ich 18. Jetzt komm. Zum Sommer, mein 17. 24. Oder irgendein 14. Ja, Philipp, du bist 18, ganz genau. Wenn man, 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 ein Gerät, auch wenn ich aufnehme oder so, muss ich ständig mit der Hand irgendwelche Zeichen geben. Obwohl es eh keiner sieht. Ich weiss, das ist ja nicht so behindert. Ja, ich schaue mal, wie viel wir schon aufgenommen haben. So, wir haben schon 8 Minuten aufgenommen. Also, kommen wir noch 2 Minuten. Und das, wir bringen sicher noch 2 Schafelereien inzwischen. Ich habe, dass ich da jetzt 4 Kühe angebringe. Mit 2, weil ich schon noch andere. Aber wenigstens müssen wir sind so lange Kühe gesucht, wie auch in unserem Alter. Mhm. Da haben wir mindestens so lange, so ganz lange Kühe gesucht. Da haben wir uns gar schon überlegt, ob wir einen hinschicken. Ja, haben wir aber zum Glück nicht getan. Ja. Ja. Und wir sind übrigens gar nicht operatet da. Und das passt so. Weil wir wollen wirklich nicht cheaten. Und das ist unser Schwur da jetzt auf dem Server. Jetzt Kühe. Es wird doch schaffen, allein zu können. Es ist wirklich so. So Fahrzeuge, Schweine herzudringen. Oder Kühe. Ja. Ich freue mich dann schon auf das Rambo schauen und ein bisschen abzuschalten. Von was müssen du bitte abschalten? Vom Stress. Was soll Stress? Schafe holen. Das ist voll nervig. Wir haben eine Kuh verloren. Kuh überbaut. Ja, was soll's. Muss ich halt alleine weiterlegen. Alter, geil. Er sagt, komm mal eine Kettenrüstung. Der hat ihn natürlich schon verloren. Nein, ich komm doch nicht. Wie kriegt man jetzt normal Kettenrüstung? Du kannst nur eigentlich mit ewigem Feuer machen. Ewiges Feuer kann man auch nur cheaten. Und ähm. Oder du kriegst auch eine Kettenrüstung in so einem Mann stehen. Mhm. Ey, Thomas. Ah, wir haben dich wieder gerufen lassen. Oh Gott. Ja, da ist ein Schaf. Komm schon. Vielleicht nehmen wir auch gleich ein Dritt mit. Ja, dann schauen wir mal, dass wir mindestens zwei überall ein dritten. Dann können wir es ja vermehren. Da, du kommst auch mit, was? Dann kommst du es mit, oder? Ja. Ja, jetzt haben wir sogar vier. Der Thomas hat ja gesagt, seit die 1.50 Uhr, dass es ein Ensemble mit Laseraugen gibt. Ja, hab ich mal gesehen. Ich hab ihn mal gesehen. Ich hab ihn mal gesehen. Ich hab ihn mal gesehen. Der ist ja halt voll selten. Aber trotzdem. Also seit der 1.50 Uhr bei mir und der Thomas will oft versucht, die Hero Brand zu beschweren. Ja, aber danach wollten wir uns ein Motto stellen, aber geht nicht richtig. Und ich hab ihn nicht gefunden. Nein, wir haben schon wieder einen Kuh verloren. Desto mehr du mitnimmst, desto besser geht's, glaube ich. Ich hab ihn rausgefunden. Mhm. Ich hab schon wieder einen Kuh verloren, jetzt kommen wir mal mit einer. Kommt, Schacher. Irgendwann. Dann geht's gut. Du machst irgendwas. Kommt, ich guck, ich guck, ich guck. Kommt, ich guck, ich guck. Mal schaffst du klein, bändst du das, was weh ist. Nein, jetzt will ich noch die Schärfe gerade zum Ding bringen und dann beenden wir es fast. Dann werden wir an den Server runterfahren inzwischen, dass nichts passiert inzwischen. Ah, jetzt kann ich noch mehr Creeper. Okay, aber Co dabei. Super. Wir sind schon ganz müde, deswegen werden wir uns beim Rainbow ein bisschen entspannen. Nein. Dann schlafen wir ein. Ja, dann muss ich mal gleich feststellen. Hast du mir was fragt, wenn ich komme, wenn ich den Küper habe? Ich erinnere es. Dann bin ich unten. Ich lasse Küper. So kommt das komische Schafe. Echt, jetzt die Toast bearbeitet worden. Toast. Toast, 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 Toast. Scheiße, das wird ganz um Nacht. Ich nehme mit meiner Krone überhaupt nicht weiter. Dann bin ich mit ihr verübt. Ich bin gleich mit meiner Schafe getragen. Ich bin mit meiner Krone verübt. Ich bin mit meiner Krone verübt. Wir rennen uns runter. Also desto mehr Schafe du hast, desto mehr Tiere du hast, die erfolgen, desto leichter geht es. Jetzt bin ich drauf gekommen. Weil ich habe sie erst einmal verloren, ein Tier. Und die anderen haben wir immer gefolgt. Was? Ich wollte sie schnachten. Die haben wirklich krone. Kommt. Schach. Ich mache die halt später. Ich habe sie jetzt Nacht mit der Krone verübt. Und jetzt habe ich die Scheißmonster und eine Krone auch noch alles. Am Hals, die Monster. Hast du nicht am Hals? Scheiße. Doch, habe ich. Nein. Nein. Nein, die wollen mich ja nur fressen. Aber jetzt bin ich schon in der Prärerie, glaube ich. Geil, jetzt fangen wir zwei Schafe auch noch. Ja. Wir haben schon so viele. Wie viele hast du? Viele. Sag mal. Ähm, vier. Ah. Wir haben in der Prärerie so oder so verübt. Wie ist jetzt einmal wichtig, die Kuh? Da muss ich ja auch mehr Anstatt für uns. Und das ist halt nicht mehr zum Normalen für uns, sondern zum Halbkopf für uns. Ich finde den Halbkopf scheiße. Ja, aber da stirbt mich alles weg. Ich weiß. Da brauchst du eigentlich gar nichts aufbauen. Weil das ist unnützer. So, Thomas. Eben verrückt, weil ich nie wieder heimkomme. Und ich habe eine Wüste gesichtet. Scheiße. Nein. Nein. Und ich habe eine Unruhe gefunden. Scheiße. Du hast gerade einen Schaft rausgekommen. Mach einfach zu. Mach einfach zu. Gut. Oh, Thomas. Ich kriege mich noch heim. Das war ein Schaft an bei dir. So. So. Ich sage das jetzt. Das Play beenden wir jetzt. Und wir schauen jetzt an. So. So.